es ist herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft evolution und ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen dass es in letzter zeit keine folgen gab da ist in evo ist was passiert was ich gleich erklären werde und ich möchte dazu entschuldigen dass die folge wahrscheinlich zu spät kommen wird oder pünktlich ich weiß es nicht auf jeden fall wird sonntag eventuell wird sonntag kein livestream kommen dafür kommt am dienstag wieder eine folge und ich will evo noch bis folge 50 machen und die sache ist es gab ein kleines problem und zwar der liebe amodi hat sich gedacht ja ich lüge julie ich will jetzt julie wieder von a bis z an und so tun wie wenn ich auf seinem server developer sein will auf lassen spielen punkte e und wir haben so ein bisschen rum getestet mit lassen spielen ich habe gedacht ich vertraue mal und ich habe im zugriff gegeben auf mc host auf den server damit wusste ich nicht dass er zugriff auf den evolution server hat das heißt er hatte zugriff auf den evolution server und hat ihn komplett gelöscht hat den kompletten root server neu aufgesetzt so folgen was abgelaufen ich habe ein backup gefunden wo mein haus schon steht und ich stehe jetzt auf dem haus auch drauf mit dem dach und allem und dem keller dann die anderen leute wenn die und kommen und ich treffe sie kriegen die ihr sagt wieder von mir gietet oder sie bekommt gesagt dieser ist ich hoffe ich habe doch alles wieder zucker herstellen können was ich hatte vielleicht habe ich mal wo was zu viel oder zu wenig auf jeden fall das problem ist die sieht unten sind mit der produktion noch lange nicht fertig wir haben noch nicht anders was die ressourcen die wir jetzt an das heißt wenn es was im meckern ist und fehlt was ich damals hatte was ich jetzt weiß dann tippen wir uns das wieder übrigens wenn ihr irgendwas ist was jetzt großartig schlimm wäre was sie jetzt geteilt habe und ich nicht weil wusste dass ich gar nicht habe schreibt mir so dass bitte unter die in die kommentare das würde mich sehr freuen doch jetzt ohne weiter zu quatschen gehen wir in evo und pack mal an einerseits ich habe das op-jetpack wieder ich habe meine emerald rüstung wieder ich habe die ganzen tinker tools ich zeige euch das einmal wenn ich glaube ich hatte das alles da drauf und die level könnt ihr auch mal gucken ob ich die hatte dann ja das hier das weiß ich nicht habe nicht abgezählt wie viel ich davon habe weil ich das nicht weiß da habe ich mal so ein bisschen schräg was bauen ich habe wollte es eigentlich anders bauen und das ist jetzt so aus geworden dann leute das weiß ich nicht da könnt ihr mich korrigieren hatte ich eine basic kapasite bank und dann nicht ich weiß dass ich eine signal um energiezelle habe aber die kapasite base weiß ich nicht dann hier das so premium sieht es nach viel aus ist auch rot aber wir hatten 20.000 davon und ich denke mal das kommt zucker auf 20.000 hin dann das hatten wir das hatten wir und die sache ist die tier 1 mob chunks da ist es ist da ist die sache kannst du so ähnlich kriegen und deswegen habe ich die da einfach mal rein gemacht und weil ich glaube wir hatten auch noch welche übrig dann hier die ganzen siehst du welche ist es nicht alle zeigen natürlich ich weiß wir hatten mehr molekulare sample aber die würde ich gern selbst noch mal kraften dann habe ich ein paar cpus wieder aufgestellt die knochen das noch mehr übrigens nur da damit alles schneller geht um die ressourcen wieder zu kriegen was wir hatten dann pumpe hatten wir das weiß ich hier der me controller weiß ich nicht ob wir die größe hatten aber das ist jetzt auf jeden fall eine größe und ich weiß ich rede viel zu schnell dann haben wir hier okay die truhe ist ja jetzt leer die habe ich da habe ich meine tools drin aufbewahrt hier habe ich eine essenstruhe ich weiß die mcpams sind für mich als selbstentötigung ich bin auch selbst mit schuld ich habe amodi mal wieder vertraut und ich habe daraus was gelernt auf jeden fall dass man menschen keine fünfte chance geben darf oder 20 oder mehr ich weiß leute hier von hatten wir nicht alles aber ich weiß auch nicht was wir alles hatten weiß es jetzt viel aber die sache ist das ist nicht mal alles ist nicht mal die hälfte glaube ich von dem sortiment was es da gibt und also ich weiß zum beispiel dass wir cranberries hatten wir nicht weintrauben hatten wir nicht mango und avocados dinge haben wir nicht aber die sache ist halt die zeit ist halt weggegangen und wir wollen das in dem projekt essenstechnisch will ich auch noch mal ein bisschen vorankommen und die anderen kriegen sowas auch das heißt wenn die sich noch was wünschen als entschädigung kriegen die eine entschädigung das ist ganz klar und ja ich habe auch glaube ich wieder alles soweit die werkzeugteile habe ich natürlich nicht wieder ersetzen gesetzt das habe ich komplett ersetzt die kompletten schablonen habe ich alle wieder ersetzt das essen dann lasse ich mal drinnen dann hier habe ich noch ein paar als ich weiß dass wir die muss ich jetzt übrigens entfernen weil die habe ich ja jetzt da hinten schon platziert also das heißt ich weiß wir hatten tausend enderium glaube ich schnitzel was wenn ich mir nicht sicher davon hatten wir auf jeden fall welche hier von auch davon auch hier von weiß ich nicht wie viele wir da hatten die hatten wir auch hier die labertanks zahnräder multimeter die ganzen tschuldigung die ganzen sachen hier hatten wir auf jeden fall ja kann gerade mal gucken von was haben wir noch am meisten sieht aber sie sieht es gehen echt nicht unbedingt besonders schnell voran wo uns fehlen jetzt ich kann nur 5000 davon herstellen wie viel hatten wir 100k also ich werde mich demnächst vielleicht mal ran machen und gucken dass ich davon mehr kraft oder irgendwie schaue dass ich in creative ein bisschen da was mit einer creative me zelle marco und mir da ein paar items rüber transferieren lasse also mit einem zweiten mini me system mit unendlich items und gucken ob ich da irgendwie eine schnellere produktion machen kann dann das haus ist die sache das steht jetzt halt das hatte ich in meiner single der welt schon gemacht das einzige was ich gemacht habe hier ich habe den boden ausgetauscht weil mir der andere nicht mehr gefallen hat dann ich zeige es jetzt einfach mal oben leute wie das aussieht hier oben sieht ein bisschen aus wie unten ein bisschen anders natürlich leute ich weiß es und da muss ich gar nicht wundern das ist eine kabelphase und ich möchte ich was zeigen das liegt an optifine weil wenn ich das ist nämlich hier auf 100 mache und ich mal kurz schlafen gehe dazu komme ich übrigens gleich übrigens da also hier sind nur bücher drinnen die rüstung habe ich halt hier ist halt jeweils immer ein stack millionen spurs ist drin ist jetzt auch nicht so viel wert hocker haben wir jetzt halt hier ich weiß kevin wird wieder ein eigenes schlafzimmer wollen kevin wenn du ein eigenes schlafzimmer willst okay und übrigens er sollte irgendwo jetzt mitspielen können dann habe ich ich habe ein paar mods entfernten es ist tatsächlich auch der mod rausgeflogen es ist tatsächlich ein dry mental tech rausgeflogen warum weil ich den mod hier nicht wirklich brauche und weil er auch riesengroß dafür ist mekanism noch drinnen hier die kann ich mit rechtsklick öffnen dinge rausholen hier sind normale bücher drin habe ich glaube ich schon gesagt und es ist eine sache hier sind painted close stones die haben so eine schattenhelligkeit hier entstehen schatten und das sieht man jetzt hier gerade gar nicht aber man sieht halt überall wo ich lichter platziert habe und das deutlich sehen sollte man es im keller warte ja das sieht furchtbar aus so und das liegt an optifine pack wenn ihr wisst wo ich diese schattenhelligkeit komplett ausstellen kann könnt ihr es mir sagen weil so sieht also ich finde das sieht ein bisschen komisch aus so ist aber es wirkt halt so extremst hell war es einfach ein komplett weißer raum ist deswegen wenn wir hier irgendwie die wände färben sollen sagt bescheid weil sie seit ein kompletter weißer laborraum hier gibt glaube ich mit bruchstein habe ich die pente bruchstein walls gemacht hier kann man dann wieder hoch also es gibt ja jeweils eine treppe jeweils zwei aufzüge und ja das war es eigentlich schon von dem haus ich zeige euch hier schon wieder viel zu lang was ich weiß leute ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß aber das noch fahren wir jetzt mit mechanism an deswegen erst mal in die suchleiste eingeben mechanism würde ich anfangen mit dem teil was man für alles braucht wo ist es der mit logic infuser wo so das war doch so das ding was außer wie so eine treppstufe oder das ist das ding das sieht jetzt anders aus ja ja diese schweinchen die ging mir so auf den sack schon wieder mit logic infuser wir machen mal musik geräusche freundliche kreaturen aus so dann nach dem metal logic infuser würde ich mal vorschlagen dass wir welche mal also was brauchen wir für ich will erst mal gucken was brauchen wir alles für windturbinen wo sind sie da sind sie windturbinen brauche ich aus million basic controllers ich brauche energie tablets das heißt ich brauche auch eigentlich ganz viele mit der logic infuser einfach dann das heißt zwei mit logic infuser habe ich jetzt die kann ich leider nicht sagen dann k da vom elektrokabels und probiere ich erst mal das ganze irgendwie an mein kuddel muddel hier anzuschließen und ja leute ich weiß wir werden auch noch umziehen so leute ich habe die mechanismen teile beim gebuchen mal aufgestellt und wir müssen demnächst mal auf den umzug machen weil das ist jetzt alles nur so provisorisch aufgestellt das heißt hier können wir redstone reinmachen muss ich kurz gucken wie das ganze funktioniert aua redstone wenn wir hier reinmachen wenn ich richtig liege na nehmen wir mal 1k raus okay dann nehmen wir doch keinen 1k raus okay also für die windturbine brauche ich eine anreichungskammer das heißt ich brauche wieder eisen das heißt ich nehme mal 1stack 1stack eisen braucht 1stack redstone und 1st das hier braucht 1stack osmium ich gebe lp mit juli mechanism doppelpunkt ja ist das ein punkt in ingert punkt 1 ok das gebe lp mit juli mechanism doppelpunkt in ingert oh das war ingert 1 nee so falsch rum so ingert 64 1 so jetzt dann haben wir jetzt osmium waren weil ich höre das gerade eventuell dass mein handy gerade die ganze zeit gebimmelt hat das bimmelt weiter und weiter und weiter und weiter und weiter ich ignoriere es jetzt einfach tschuldigung wenn man es in der aufnahme hört also das heißt wir haben jetzt alles und das packen wir jetzt in diese beiden metallurgic infuser rein das ganze lädt sich jetzt mit redstone auf und die frage ist jetzt was kosten denn diese speed upgrades weil das braucht alles ziemlich lange und ist sehr laut speed da geschwindigkeits upgrades die brauchen das hier und osmium staub dann so ist mein pulverizer ähm thermal also wir nehmen jetzt nochmal add thermal signal um weil ich weiß dass ich das geupdatet habe nicht in der folge aber ich habe das bevor ammode hier alles verstört habe ich das auf signal um geupdatet das weiß ich den pulverizer und dann machen wir das kurz so so ähm dann hat sie das nämlich auch weil wir hatten so viel osmium ähm so pulverizer ähm upgrade was ist wenn ich den jetzt abbaue okay dann kriege ich den in signal umform gut ich kann das upgrade auch irgendwie ja wieder abnehmen weiß ich aber nicht mehr genau wie äh pulverizer kriege ich osmium das draus ja kriege ich äh anreicherungskammer und und jetzt ist die frage was kostet ein energy upgrade glowstone was glow ach gold powder so und ein schalldämpfer kostet stahl geil ähm so vier geschwindigkeitsupgrades das würde ich jetzt mal in beide rein machen beziehungsweise von was brauchen wir eigentlich mehr bei dem ding hier ich glaube von denen also von denen die ich jetzt habe brauchen wir mehr das geht jetzt gleich schon mal in ganzen takt schneller hier lege ich eins rein ja das geht schon viel schneller schon viel schneller im sinne von gar nicht schneller ne aber es ist es geht tatsächlich echt schon ein bisschen schneller dafür brauchst du natürlich auch wieder mehr energie und der pulverizer hat natürlich auch energie das ist ja mal ganz klar ich weiß folge leute die folge ist etwas langweilig und keine ahnung alle folgen sind momentan etwas langweilig aber nach meinem umzug nach unten also nicht mein real life umzug weil der es dauert noch ein bisschen bis ich in real life wahrscheinlich umziehen werde sondern mein umzug in minecraft warte wie viel habe ich jetzt schon maximale ist acht oh nein bitte gib mir noch nein was hast du jetzt für eine maximale du hast sechs von acht okay ähm so 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 und dann staub staub staubi daubi daubi und jetzt können wir nämlich hier eins zwei und hier können wir vier rein machen mit shift rest klick habe ich das gerade übrigens gemacht leute das hat jetzt sieben und der hat jetzt was der hat jetzt acht gut er hat sieben und er hat acht ouch das überlege ich mir gerade wir machen eine solaranlage was brauche ich dafür auch eine tablet ja brauche ich das heißt wir kraften erstmal ganz viele energy tablets bis zum punkt wo ich keine mehr habe jetzt kraft jetzt kraften wir mal die solarzellen also die solar solar panels davon machen wir jetzt mal wie viel braucht man für eine für eine brauchen wir drei und dreimal vier sind zwölf das heißt eine sind jeweils immer zwölf und das heißt ich brauche wenn ich zwei von den ich bin mir viel aus mir so das heißt wenn ich jeweils ich war ich wir hatten mehr aus mir und deswegen braucht mich dafür aus mir nicht korrigieren also angenommen ich mache jetzt mal 44 von den dingen so vier von den teilen dann muss ich die jetzt jeweils zu den weiterverarbeiten dafür brauche ich jetzt die inner energy tablets und ich weiß er tut die energy tablets dann nicht automatisch rein platzieren oder doch tut er toll das war ja irgendwie wieder klar ähm achso ich hatte ich habe da schon ein blaubeersied reingemacht ah ich weiß warum der osmiumseed nicht drin ist weil ich einen blaubeersied anstatt den osmiumseed reingetan was denn auch sonst wir haben genug blaubeersied oh gott ich dachte ich auch nicht nein mädlich ah das könnte mein bitterer untergang werden nein wird es nicht ähm ja genau so jetzt haben wir kein eisen mehr eisen craftable 1000 mach mal das eisen da müsste taus ja der macht er gerade so bam 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 kein osmiumstaub mehr osmium oh oh gott kein fallschaden nehmen kein fallschaden nehmen oh gott ich dachte gerade für einen moment kurzes bis jetzt aus mit mir ich bin ja echt auf ein halbes herz runter gekommen so das kommt da mit rein und die solar so jetzt haben wir alle solas durch und ach man jetzt muss ich muss ich gucken ob ich sehe da waren sie doch so und natürlich nicht natürlich will das so nicht wie ich es wieder will ich weiß aber die brauchen wir später auch für die die brauchen wir später auch für die ähm den reaktor aber ich will kein mechanismus reaktor machen sondern ein extreme reaktor reaktor weil der mehr bringt auf der maximalen größe deswegen hatte ich glaube ich auch 2000 kohle in meinem system weil ich die später alle zu graphite umwandeln muss und wenn ich das hier habe darf das aber eine woche laufen glaube ich so zirka warum machst du die dinge nicht rein so solar 1 2 3 4 so ich habe 4 fortgeschrittene solar generatoren dann wieder dann wieder hier 1 hier 1 und unnötiges zeug ich werde noch mal eine folge lassen ich möchte nur kurz darüber sprechen über ein thema es gibt leute das kann ich auch sehen das hatten wir in der letzten ebo folge 4 likes und 5 dislikes und zwar haben leute diese fünf leute haben das video sich eine sekunde lang angesehen und haben dann ein dislike gegeben wobei es gibt glaube ich ein oder zwei die haben das video bis zur hälfte angeschaut oder sowas auf jeden fall ich finde sowas installer disliken das finde ich einfach nur schwach ich finde es traurig also ist es jetzt nicht so als würde ich jetzt irgendwie großartig runterziehen aber ich finde einfach schade dass es solche menschen gibt die ähm so eine scheiße machen müssen und das ist schade dass es solche menschen gibt bei großen youtuber sieht man das auch gewaltig finde ich wobei die sache ist wenn ich ein video nicht gefällt akzeptiere ich es ja wenn jemand dislikt aber nicht wenn jemand direkt eine sekunde ein video drauf drückt und pausiert und dann disliked weil das ist einfach nur das ist einfach nur schade leute aber auf jeden fall wenn es euch gefallen hat zu late den explosion daumen nach oben durch und um nichts zu verpassen von evo slated abo button durch aktiviert die glocke für power benachrichtigung und e mail benachrichtigungen wenn ich ein neues video hochlade und dann und jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen es werden bald wieder spannende evo folgen kommen ähm dienstag kommt glaube ich nochmal der umzug wie ich hier komplett umziehe beziehungsweise ich werde das nicht zeigen wie ich umziehe sondern ich werde nochmal zeigen wie ich umgezogen bin und dann geht es weiter mit mekanism und 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 jetzt wünsche ich euch eine schöne schöne zeit hau da rein und ciao Leute Schweinchen sagt tschüss Konz konz Tschüss